Hey Leute, naja, wie ihr wisst, ich hatte echt sehr viel Zeit verbraten, um ein bisschen frisch aufzugehen und ein bisschen flogen. Ich weiß, seit einigen Tagen habe ich ja bisher noch keine Videos gemacht seit fünf Tagen, aber naja, ist auch gut so. Und ja, ich wollte euch nochmal vielen Dank sagen für euren Support und ich weiß, es ist noch sehr lange her, aber meistens vermisse ich auch die Zuschauer und auch die anderen Viewer da draußen. Und ja, es fährt mir, naja, sehr schwer, sehr schwer zu sagen. Aber ich habe eigentlich mal ein ruhiges Plätzchen, wo ich aufnehmen kann und ja, wie soll ich sagen. Wie gesagt, natürlich würde ich nicht auf YouTube aufhören, das ist ganz klar, aber ich würde definitiv weiter Entertainment machen, wie immer. Und ich weiß genau, ich liebe euch wirklich von ganzem Herzen und ich hoffe, dass wir bestimmt definitiv mehr Spaß daran haben. Und ja, wie ihr seht, totale Dunkelheit. Und ja, wenn ich manchmal depressfühle, dann ist Dunkelheit mein Freund oder mein Feind. Aber das Licht von mir bin ich ein sehr, sehr weiser Mensch. Und ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren, like das Video und vergesst nicht den Autovocation aufzuschauen, damit ihr kein einzigen Video verpasst von mir. Und wir sehen uns bestimmt in diesem Video. Ciao, ciao! Ciao!